Nepal, 25. April 2015. Ein Erdbeben der Stärke 7,8 erschüttert das ganze Land. 130.000 Häuser und mehr als 24.000 Klassenzimmer werden zerstört. Mehr als eine Million Kinder können nicht mehr in die Schule. Auch die Schulgebäude der Suryodaya Secondary School mussten aufgrund der starken Beschädigungen komplett abgerissen werden. Namaste und guten Abend. Mein Name ist Lakshay Bahadur Kesi. Ich bin der Präsident der Suryodaya Secondary School. Without education, wir können nicht unser Land entwickeln. Also bitte, in diesem Moment, wir brauchen Ihre Hilfe. Ich kenne die Schule und insbesondere den Schulleiter seit ungefähr 15 Jahren. Wir arbeiten im Rahmen von Rotary International zusammen, insbesondere in der Thematik Familienplanung, Mutter- und Kindgesundheit und Bildung. Und wir waren im Speziellen natürlich informiert, dass das Schulgebäude nicht mehr benutzbar war. Ja, als ich zum ersten Mal runterkam, da ging es zuerst mal darum, eine Notschule aufzubauen. Wir haben das in Form einer Zeltstruktur, wir haben kürzfürsich realisiert. Jetzt geht es darum, eine Schule für die nächsten Jahre wieder auf die Beine zu stellen. Das Institut mit Akteuren in seinem Umfeld, insbesondere Herrn Dr. Röll von der Firma Zwick Röll in Ulm-Einsingen und der Senat der Wirtschaft hat die notwendigen Mittel aufgebracht. Es ging um einen hohen fünfstelligen Betrag Soforthilfe. Aber die Schule braucht jetzt eine vernünftige Ausstattung und das müssen viele Schultern gemeinsam schultern. Das neue Schulgebäude ist fast fertig. Die Schule braucht ganz dringend moderne Sanitäranlagen und einen neuen Schulhof, auf dem die Kinder in Zukunft wieder sicher spielen können. Darüber hinaus ist auch eine funktionalere Bibliothek und ein zeitgemäßer Computerraum geplant. Auch die teilweise sehr alten Schulmöbel sollten zukünftig erneuert werden. Langfristige Ausbildungspatenschaften mit Einzelnen und durch das Erdbeben teilweise elternlos gewordenen Schülern sind ebenfalls möglich. Außerdem geht es nicht nur um die Finanzierung, es geht auch um Netzwerke, um Beziehungen und beides zusammen soll jetzt das Crowdfunding-Projekt leisten. Es gibt eine gute Hoffnung, eine große hohe, eine große Hoffnung, dass wir wollen dass wir wollen und wollen die Qualität des Eidigations für den Inkommen Generationen geben. Namaste, mein Name ist Avril Basnit. Ich bin in Klasse 5 und ich möchte ein Doktor in meiner Zukunft sein. Mein Name ist Nisha Gupta. Ich möchte ein Artist sein. Mein Ziel ist ein Doktor. Und ich möchte ein Prime Minister in meiner Zukunft sein. Wir sind in dem Temporary Klasse, aber das kann nicht lange dauern. Wir müssen uns für die Sustainable Schule denken. Wir müssen das mit der Unterstützung der anderen machen. Und ich kann Ihnen versichern, dass jeder Euro hier hilft, die Schule wieder zu dem zu machen, was es einmal war. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.